Herzlich Willkommen! Tauchen Sie ein in die geheimnisvolle Welt, Venedigs, die Metropole der Liebe. Eine Blitzberatung. Eine Blitzberatung ist dafür gedacht, dass ihr blitzschnell euren Legung bekommt. Selbstverständlich anonym. Mein Honorar beträgt 10 Euro. Liebe Etta Isira, ich grüße dich. Du hast jemanden kennengelernt. Die Frage ist, wie geht es weiter? Möchte er eine Beziehung oder was ist zum Erwarten? Und das klären wir bei diesem Orakel. Die Karte in die Mitte ist eine wichtige Botschaft. Hier erscheint Klee. Klee symbolisiert Glück. Die Zahl 2 steht für Zweisamkeit. Manchmal für Zweifel. Und diese Zweifel sollte man überwinden und übergehen auf diesem Glücksgefühl und diese Beziehung auch genießen. Dein Gegenwart zeigt hier dieses Bild. Und das heißt mit Amor feil getroffen zu werden. Und das zeigt schon die Liebe. Und das, was du jetzt schon verspürst. Ich könnte sagen, du hast auf diesen Mann verliebt. Worüber sollst du Gedanken machen? Das zeigt die Stärke hier. Dieser B symbolisiert die Stärke. Die Münzen hier als Symbol zeigen die Sicherheit, Stabilität, Bodenständigkeit. Und das sind schon eure Bedürfnisse. Auch deine Bedürfnisse. Aber die Zahl 3 ist noch unstabil. Wenn das die Zahl 2 wäre hier, dann würde das bedeuten du und er. Wenn die Zahl 4 wäre, das hat auch Hand und Fuß. Das ist auch stabil. Aber die 3, das ist etwas, was unsicher macht. Entweder Einflüsse von außen. Das kann die Familie sein, deine oder seine oder Freunde, die vielleicht nicht so toll finden diese Beziehung. Oder die Gefühle von innen heraus. Aus, Zweifel oder Angst, wie zum Beispiel Verlustangst, verliert die Stärke. Du brauchst aber diese Stärke. Und das heißt selbstsicher sein. Und auch diese Stärke vermitteln. Dass er das auch spürt. Natürlich von ihm muss auch was kommen. Das ist ein Austausch von Geben und Nehmen. Münzen bedeuten auch Geduld. Geduld, bis diese Kraft da ist. Bis diese Stärke da ist. Und das heißt, dass du ihm vertrauen kannst. Oder umgekehrt auch. Wenn ihr beide dieser Beziehung vertrauen könnt, dann hat das diese Kraft, diese Stärke. Was liegt bei dir im Verborgenen? Das zeigt diese Bewegung. Natürlich kann das auch Reisen sein. Aber auch die Richtung. Du hast den Zügel in Hand. In welcher Richtung bewegt sich das alles? Und die Zahl 7 bedeuten die Chancen. Die Chancen, die Möglichkeiten, genau in die Richtung bewegen, wie du das wünschst. Sein Gegenwart zeigt hier dieser Herrscher. Er möchte herrschen oder vielleicht sogar befehlen. Er ist der Mann und er möchte das auch vertreten. Und er erwartet auch, dass du ihn so siehst. Dass er Respekt bekommt. Also wenn hier du die Zügel in Hand nimmst, dann wird dich das diplomatisch handeln. Dass er hat dieses Gefühl, dass er die Entscheidungen trifft. Aber du kannst das ein bisschen beeinflussen. Worüber macht er Gedanken? Das ist die Familie. Das kann seine Familie sein oder deine Familie. Wie steht die Familie zu dir? Oder wie steht deine Familie zu ihm? Und wie wird das? Bei ihm ist es auch sehr wichtig. Was liegt bei ihm im Verborgenen? Das zeigt diese Liebespart, die Verliebtheit. Also es kommt alles von seinen Herzen. Es ist alles hier im Verborgenen, weil das ist das Unbewusste. Kann natürlich der Herrscher auch bedeuten, dass er beherrscht seinen Gefühlen und er zeigt das nicht so direkt, weil das hat so gelernt in die Familie. Diese Karte hat auch eine Bedeutung und das heißt, hier ist die Feuer. Und Feuer ist Feuer und Flamme zu sein von etwas. Die Begeisterung und die Leidenschaft. Und dieses Versteckspiel, wenn das spielerisch ist, das ist eben wundervoll. Eine wundervolle Bewegung auch, was auch hier die Sonnenblumen zeigen, das blüht alles auf, es ist schön. Aber wenn du versuchst, dich verstecken, oder er zieht sich zurück und fangt an, dieses Versteckspiel zu sein, dann kann dieses Feuer auch Wut auslösen. Also betrachte das spielerisch und auch wenn er vielleicht nicht immer da ist, sondern mach dieses Versteck oder du hast dieses Bedürfnis, mal alleine zu sein, das darfst du auch erlauben, aber dann soll die Feuer immer brennen, also immer in Bewegung sein. Liebe Etta Isira, so könnte ich deine Frage beantworten. Ich bedanke mich für deine Treue, ich bedanke mich für dein Anvertrauen und auch für diesen Auftrag. Ich wünsche dir alles Gute, alles Liebe von Dendera. Ich freue mich noch. Untertitelung des ZDF, 2020